Das ist ganz schön in einem Video auf dem Kanal, der für euch hier. Heute spielen wir mal wieder Fortnite, aber in diesem Kanal haben wir keine Videos zu verpassen und ich habe mir eine Challenge ausgedacht. Ich werde jetzt in eine ganz normale Solo-Lobby reingehen und dann, jedes Mal wenn ich Gegner töte, muss ich seine Waffen komplett übernehmen und meine komplett wegwerfen. Und um das Ganze ein bisschen schwieriger zu machen für mich und ein bisschen spannender für euch, muss ich die Runde auch gewinnen. Also, ja, der Bot, der ich bin, der seit Past Season nicht gespielt hat, Kapitel nicht gespielt hat, der muss jetzt eine Runde gewinnen. Aber wir sind ja eh meistens ein Bot, oder? Gucken wir mal, wie verrückt das wird. So, wir landen jetzt mal. Oh, OnCity muss sein, die nicht zu scheiße ist. Shifty Chefs. Es kann sein, dass ich die schon kenne. Shifty Chefs. Ah, nee, der ist Bergwerk, ne? Bergwerk, ist das. Okay, dann gehen wir zum Bergewerk, oder? Ne, ich kann nicht mehr nach Cornicor Waswolds, kann ich nicht mehr. Aber jetzt nach Shifty. Doch, stimmt, das kenne ich, das kenne ich noch, von früher. Klar, klar, klar. Uh, das wird schwierig sein, da, ähm, Support den zu killen. Ah, okay, die Schützer sind auch schon am Start. Aber ich probiere das mal. Ich werde mich am Anfang ganz normal ausrüsten, wie ich den ersten Gegner finde. Natürlich werde ich auch versuchen, vielleicht auf den ersten Gegner hier zu gehen. Aber, ich muss ja erstmal eine Waffe kriegen, um überhaupt, äh, um überhaupt, äh, jemand angreifen zu können. So, die Waffen habe ich schon. Vielleicht gehe ich hier noch Blue Life oder so. Nein. Okay, dann geht's so los. Ich mach mal aus, wie ein Finn hier. Scheiße. Okay, da oben habe ich Blue Life eigentlich gering gehabt, ne? Ja, richtig. Und jetzt ist es ein Cell. Perfekt, das ist kein Blue Life. Hier ist schon ein Gegner. Wo ist ja? Ist ja unten drin. Hab ihn, wie sie, jetzt muss ich alle meine Waffen gefallen lassen. Scheiße, ey, wenn, als, ich weiß ja gar nicht, was sei es, ist mir, wie dumm, äh, ich glaube, er hatte keine Waffe, oder doch, er hatte die, die habe ich jetzt, wichtig, ey, okay, das ist ein bisschen los, was ich gar mache. Ähm, ich darf natürlich auch loonen, oder? Darf ich nicht loonen? Doch, safe, ich darf auch loonen. Ähm, Blue Life, wichtig, wichtig, Leute. Und dann gucken wir mal. Okay, Blue Life muss ich mir erstmal gönnen. Und dann gucken wir gleich mal aus dem nächsten Gegner. Vielleicht ist ja noch jemand, aber vielleicht auch nicht. Ich mach die Kisten hier auf. Um ein bisschen Mads und alles zu bekommen. Vielleicht noch irgendwie anderen Stücke. Ja, okay. Die kann ich ja nehmen. Und jetzt geht's zu Gegnern. Jetzt bin ich, denke ich mal, perfekt ausgerüstet. Hier, denke ich, ist keiner mehr. Also gehen wir einfach in die nächste City. So nicht mal die Zone, oder? Wohin gehe ich? Doch, die Zone ist schon. Ja, dann gehen wir hier zu... Ah, nee, zu den Geräuschen gehen wir einfach. Das ist das Einfachste. Binder. Oh, da sehe ich doch jemand schon. Ich sehe doch jemanden, ich sehe doch da hinten. Digga, was hat sie denn für... Äh, äh, Blue? Die Waffe hat ja hundertprozentig einen Blue. Ich habe einen Schuss von 100 getroffen. Okay, jetzt habe ich ein bisschen was getroffen. Ein bisschen mehr. Ja, oder ist das ein Bot einfach? Ja, ist auf jeden Fall auch ein Bot gewesen. Sagen wir es so. Ah, digga, geil. Hab ihn. Von wem nehme ich jetzt die Waffen? Ich nehme von ihm die Waffen halt, Leute. Hier kurz meinen ganzen Scheiße hinlegen. Und dann... Äh, wenn da jetzt ein Gegner ist. Hallo. Ja, okay, wir machen es einfach kaputt. Jetzt nehme ich alles von ihm hier. Easy. Okay. Und eine Krone liegt da noch. Aber die nehme ich, oder? Darf ich die nehmen? Die Krone ist immer gut, glaube ich. Ich nehme mir die Krone noch. Den Rest lasse ich aber von ihm liegen. Ähm, und sonst hier kurz meine Waffen. Okay, der hat scheiß Waffen gehabt. Ah, okay. Ähm, oh, hier. Spider-Man. Habe ich auch schon mal gesehen. Hm, was ist denn das hier? Ah, ja. Wow, hier. Nicht der Schaden? Nein. Aha. Nein, Digga. Puh, ich bin ja helft. Digga. Ich habe keinen Match mehr. Ja, neu, Digga. Wie los. Okay, wie los, Digga. Wie los. Aber, ich habe hier noch gekillt. Äh, Mads give me, Mads give me, Mads. Gut. Ich muss mich kurz einbauen hier. Äh, meinen ganzen Scheiße liegen lassen. Digga, ist das anstrengend. Aber ich glaube, in den Games sind nur noch, oder, eins sind nur noch Bots eigentlich. Äh, weg hier alles. Hab alles, oder? Äh, kurz hier nochmal rein. Sortieren, halt. So, die, das. Hier ist doch einer Schöpia, oder? Was willst du? Nee, ich bin nur noch Frosch. Boah, ist das intens. Äh, aber da ist doch, da sehe ich noch einen Dinger. Da sehe ich einen. Oh, ich. Geil. Wie einfach. Okay, halt. Äh. Hier kommen meine Waffen all hin. Von eben. Digga, warum geht das so schnell? Das ist so unter los. Ich habe meine Waffen, dann gehen die schon wieder weg. Das ist der Rest der Waffen. Gibt her das Ganze. Hallo. Und. Hab ich alles? Ach, Digga, der hat ja nicht Scheiß auch. Egal. Äh. Okay. Dann gehen wir hier mal. Äh. Hallo, bewegt dich. Dann ziehen wir hier mal weiter. Ähm. Da hinten sind, ich höre ich was. Da hinten höre ich was. Ey, das ist ja richtig komisch. Ja. Leute. Da hinten ist doch was. Ich weiß doch, dass da, dass da Leute sind. Wow, das ist echt cool. Okay, der hat, der hat, ähm, Sixty. Sixty hat der. Ich sehe nichts, sehe nichts, Digga. Oh, shit. Hab ihn, oh, shit, Leute. Ich habe ja Angst gehabt, as fuck, Digga. Ich habe gar nicht mehr gesehen, wo er war. Okay, meinen ganzen Waffen kann ich vielen Dingen. Digga, what the fuck. Hat er, er hat mir nicht mal Schaden zugefügt, oder? Doch, er hat mir Schaden zugefügt. Scheiße. Ähm, okay, das waren meine Sachen. Das sind die Sachen von ihm, okay. Äh, dann gönne ich mir jetzt erstmal mein Biggie, Leute. Und das Medipack. Boah, es ist intens. Äh, okay, Leute, das Problem ist, der hatte kein, ähm, äh, wirkliche, schrute, nicht, wie nennt man das Teil? Äh, kein wirklich, äh, MP, ne, MP, der, ich bin so dumm, ah, 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 hier auf langen, äh, longshot. Das muss hier so eine finden, mal. Ist das da einer? Ei. Ne, das ist nicht. Okay, ich hole mir so ein Teil, und dann kann ich hier mit der Rampe wegfahren. Ja, okay, wie nennt man das? Rampe, denke ich mal, heißt sie. Dann können wir, äh, mit der Rampe, mal wieder Gegner auf, Gegner so gehen. Ähm, Zone ist in die Richtung, also let's go in die Richtung. Oh, da hab ich was gehört. Die Richtung hier. Da, ja, ich hör was. Oh ja, da ist sogar ein Wildschwein. Muck nicht auf Wildschwein. Ich werde nämlich ehrenlos. Hä? Dahinten schießt jemand. Aha. Longshots. Longshots und hierhin richtige Shots. Wir werden immer lauter. Aber ich seh niemanden. Ich seh echt niemanden. Hallo. Doch, doch, da ist was gebaut, Leute. Da ist was gebautes. Hier könnte wer sein. Kommt, hoch hier. Kommt. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Hä, wie ich schweiße, Digga. Ich hab ihn. Oh, Digga. Nein, Digga. Was soll das? Ich hab ihn. Ich bin ja am Sonnen gestorben, oder? Bitte lass mich nicht dazu und sterben. So knapp. So knapp. Nein, die Zone geht auch weiter. Ich komm nicht an seine Waffen. Leute, wie kommen... Wie machen wir denn weiter? Ich komm jetzt nicht an seine Waffen. Ja, dann bin ich sofort tot. Wie scheiße. Ich hab auch so scheiße gespielt. Weiß ja. Ich hab ein Leben. Äh, ich hab keine Heilung. Ich hab nichts eigentlich. Ach so, Kacke. Tut mir leid, Leute. Ich weiß nicht, wie ich jetzt an seine Sachen gekommen bin. Ich könnte sagen, ich spiel mit ohne Sachen. Dann ist das auf jeden Fall verloren hier. Ohne... 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 Ohne was hier... Bei 10 oder 9 Gegnern noch zu spielen. Wir haben ein bisschen lost. Okay, wir holen uns mal da in die Kiste. Aber ich kann sonst hier nichts machen. Scheiße. Das war eben so scheiße geplayt, muss ich ja sagen. Oh, da ist jemand mit einem... Ähm... LKB unterwegs. Bitte sehe mich nicht, Bro. Sieht mich hier bitte keine. Ich muss erst mal irgendwas an Heilung kriegen. Mit IHP kriege ich doch hier nichts gewissen. Oh ja, das ist was Gutes. Aha, aha, aha. Richtig, gut, danke. Medi-Pack ist was Gutes. Hä, ist hier ein Gastes-Hölzer-Gerfluss? Wie komisch. Ähm, wo ist denn der LKB-Fahrer? Können wir auch schnell ab... für uns holen. Wo bist du? Es sah ja auch so aus, als hätte er nicht so viel Leben. Der LKB-Fahrer. Okay, 108er-P habe ich. Geil. Kriegen wir uns hin, oder? Oh, hallo. Wo seid ihr? Hallo. Da oben ist jemand, sehe ich. Äh, ich brauche noch andere. Näher. Ich bin nicht so weit gepolt. Ah, hier ist der, ne? Ja, ist hier gerade hin und her geschossen. Da ist er. Da habe ich ihn gesehen. Ah, da ist der Spider. Spider-Man, ich sehe dich. Ja, okay, Spider-Man. Geht ein bisschen auf Spider. Wo seid ihr denn? Leute. Es müssen noch auch gut vier Leute sein. Okay, das war ganz kacke. Ein bisschen hin und her schießen, ein bisschen. Da sehe ich einen. 19 Schaden, geil. Okay, ein bisschen ran, da müssen wir. Weil so kann ich hier nichts machen. Ja, okay, geil. Von beiden Seiten jetzt. Geil, ja, was? Also, wir sind so weit gekommen. Ich muss gewinnen. Ja, danke, Digga. Heftig. Digga. Insane. Ähm, ich muss aber weiter. Und wer hat den Typen abgeschossen? Nice. Ähm. Ich habe keinen Plan, Leute, wo ich hin soll. Hier muss doch. Da muss er sein. Und wo. Ich habe Angst, Leute. Fuck. Es tut mir leid, ich habe jetzt nicht so viel Rede. Ja, nicht schlecht. Komm. Hoch hier. Nein, was macht der denn? Er ist weggeflogen. Ah, ihr habt echt gedacht, dass ich es hinkriegt. Also, wie nice. Nee, ich habe es nicht hinbekommen. Ich bin gestorben. Aber, ja, man. Was soll ich von einem Bot wie mir erwarten? Aber jetzt gibt es hier noch ein paar Out-Tags. Und natürlich wieder der Typ mich noch gekäht hat. Nein. Scheiße, wir haben verkackt. Ich habe verkackt, besser gesagt. Wie heftig. Oh, shit. Ja, okay. Er war besser als vier. Muss man leider sagen. Challenge not completed. Oh, ja, okay. Perfekt. Kurz einbaut. Nein. Wie kann ich denn so scheiße sein? Ich kann nichts mehr machen, Digga. Ey, was war das denn? Na, scheiße. Nein, nein, nein. Der irgendwo. Ja, perfekt. Ich hätte ihn noch. Lol. Wie hat er? Er hat einen AP gehabt. So, Leute. Das war es dann aber auch trotzdem mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Auch wenn ich nicht einen Sieg geholt habe. Ich werde in nächster Zeit immer noch versuchen, mit dieser Challenge irgendeinen Sieg zu holen. Wenn ich das hinkriege, nehme ich das natürlich auf und es kommt ja online. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Abonnierst den Kanal, um keinen weiteren Videos zu verpassen. Und ciao.